Also wenn, äh, Hand der Freie braucht, dann muss man Bescheid sagen. Es wird wahrscheinlich das nicht brauchen. Aber Vanessa. Ich mach Hand der Freie. Das mag ich immun gegen Slow-Effekte. Okay. Hm. Das ist gut. Wenn das brauchst, ja? Wenn du so an jemanden kommst, okay. Weil dann kann ich es auf mich machen und kann besser interracken. Soll ich vielleicht mit an den Mage, um ihn zu interracken? Das wär echt positiv. Weil der hat nicht so ein Maß, ein 4. Der Priest, wenn der kann ich nicht ran. Dann kannst du den 4, äh, den Silence nämlich für den Mage nehmen. Für den Priest meinst du? Ja, ja. Toadier. Da muss ich vielleicht sogar an der Fight Meister auf mich machen, um mit einem Mage dranbleiben zu können. Und das sehen wir alles. Antimagische Hülle hilft übrigens auch gegen Güfte, aber macht die bestehenden nicht weg. Das ist ein bisschen tricky mit dem Timing. Wahrscheinlich gehen die eher auf mich. Ich krieg doch immer was auf die Fresse. Oh Gott, ich bin am Lest. Ich bin wieder da. Ich weiß nicht, warum das immer mal fressiert. Okay, ist ein Retrie. Nehmen wir vielleicht hier doch den Todes oder? Ich weiß nicht. Dann schieb ich Retrie. Äh, Priest. Jo. Okay, weiter auf den Todes oder? Juicy Damage. am anfang schiebe ich noch in der rätel vertrinket in uns jetzt er der bubble in uns der priest muss gesilenced werden und gesilenced und ich halte priest im schieb das rauskommt und ich bin stunned jetzt würde ich uns hier näher rankommen ok 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 2 sekunden priest gestunnt ich setz dann hinterher ich schiebe ihn ja gut dann lässt ich gleich gestunnt ich wäre nicht binch gewesen und gesilenced und strangulate wenn er hast wenn er nicht ich bin du kannst du ihn du kannst du ihn mit mit mitspornen und opfer deinen ghoul Chris ist gestunt doch das macht Sinn jetzt kommt nämlich wenn du gleich den Silence hast Scooby jetzt dann hab ich jetzt den Stunt und ist gestunt nochmal kurz gestunt ich hab den Priest nicht mhm oh er ist im Moon ok ich setz wieder Shieldbowel Priest Managing Returns haben er ist rausgekommen und geführt geschiebt und gesilenced BAM BAM der Hammert mich noch getroffen ok jetzt den Priest wahrscheinlich ich ja der Priest ist gleich out of Marm wo ist denn der ist denn? er ist tot du musst den Priest nuken ich stun ihn jetzt gestunt 6 Sekunden 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 es tut mir so leid es ist gestorben es war ein bisschen törig törig? das Grimages hat ja so eine Aristokraten Sprache ne ich erzähl Situation ein paar waren mit dran war ja klar und ich dachte was ein Vollidiot ich blinzel einfach weg dann hab ich meinen ersten Eisblock immer noch und dann kam der Hammer angeflogen und der macht gut Damage an uns sick du hast es jetzt geschafft weißt du Vanessa du bist jetzt der DK den anderen Armory suchen um zu gucken was der für Wert hat warum der so viel denn? ansonsten waren keine großen Fehler drin denke ich denke ich auch ja wir sind ein bisschen gerutscht gerutscht hier an dieser eine Stelle da auf die Rampe das ist ungünstig weil ich kann da nicht weg um das Positioning zu haben ja das stimmt weil ich euch dann nicht hin kann so ist das gut den Kampf möglichst so auf offene Fläche irgendwie auf die Brücke zu verlagern damit dann was geht so ging aber so auch ob allerschen so stark mädchen so stark super stark super stark ja das war sonst ein echt guter Kampf also ruhig anhaltender Kampf und ständig haben wir sie fast da und da müssen sie immer emergency action machen ja und da kommt noch eins und da kommt noch eins und da kommt eins und da kommt eins und da kommt eins und da kommt dann kommt ok Vanessa warum machst du so viel damage ja das das was er wollte ja das ist auch ok aber warum so plötzlich so viel weiß ich nicht weißt du wegen dir wenn Todesratter irgendwann genervt das stimmt aber du bist sonst in der der meisten damit machen du musst dir vorstellen wie die Leute da jetzt sitzen warum kannst du deinen Todesratter nicht so spielen ok ich suche dann eine Arme ja dann geht es den Leuten jetzt wie es mir vorher ging das haben sie vertieft das stimmt das stimmt das stimmt wir hatten die eigentlich früher schon gehabt das stimmt genau weil ich gesagt habe ich Stun ihn und das Asustan ist drauf ja ich hatte gerade diesen Eis dann gebrockt das ist auch richtig gewesen aber ich dachte meins dann wäre gar nicht losgegangen und bin näher ran weil die Dunstan da war meins dann aber schon drauf die ganze Zeit aber deine lag da drüber im Gladius sodass ich das nicht gesehen habe ach schade dann wurdest du wahrscheinlich gefiert oder? dann wurdest du gefiert wahrscheinlich weil ich nicht mehr ich glaube das wäre die Situation dass du dann auf der Rampe warst ja genau so als der Kampf in die Richtung verlar ja das ist super awesome das ist super awesome cool wie guckst du dir bei mir an? na doch sonst bist du hier immer so wow ich hätte mein Snabby-Tumor heute sitzt da ja ich länge das halt hin und jetzt drehe das und dann kriege ich noch mehr Dämpchen das ist die Pro eigentlich ja und schaffe ich zwei Millionen Dämpchen ich habe mein PvP-Monster geschafft was ist los? ich glaube ich bin dann vom Windreiser gefallen ach das ist nicht so schlimm haupt so ein bisschen nackig das hat Code ja nicht mal geschafft weil dazu auch keine Dummerheit gehört sorry ich muss zwei Makros bauen Makro eins Flamme des Glaubens Scooby Makro zwei Zornige Veränder Plus Trinket eine Taste ich kann mir genau vorstellen wie der Trinket aussieht das ist voll abartig immer jetzt an den Kämpfen super vom Anfang an geht irgendwas bei den Gegnern down und ich bin immer noch so in Positioning lauf da ein Stück hin ob der Fall besser steht oder wua oh shit oh nice Krieger Ups soll passieren oder? Krieger ich stun gleich den Paller uns gestunnt 4 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10 10 10 9 9 12 8 9 9 10 9 10 10 10 10 10 Wie viel Damage von Elzheimer? Warum? Wo wurdest du ausgebildet? Die dunklen Künsten. Der Todesmeister. Ich glaube mit Todesrittern und Hextenmeistern ist das so wie mit Jedi-Rittern und Jedi Gesandte. Und zusammen sind es nicht Jedi, sondern Todesmeister. Also die Sithers, ja. Die andere Seite wäre dann quasi, das war Hellen-Seite, Paladin und Mage wahrscheinlich. Man muss wissen, wir hatten mal in der Arena kam und da war ein Hextenmeister, oder vielleicht auch ein Todesmeister. Weil Scooby Angst entbrannt. Ein Todesmeister. Im tödlichsten Ernst. Und kohlener Lachflascher ins Lebensraum. Haben wir verloren gehabt. Ich glaube, wir haben ja besser verloren. Und Scooby hat jetzt nicht gecheckt, warum. Im nächsten Kampf haben wir verloren, das war für mich auch ein Todesmeister. Ja, noch ein Todesmeister. Kann man jetzt machen. Extrem hilfisch. Ja. Oh, ich habe das Twinket vergessen zu machen. Ich mag auch. Ich erinnere mich dran, ja. Ich werde jetzt jedes Mal, wenn ich es vergesse, ein Zettel mehr hier drin kleben. Wegen deiner Vergesslichkeit, wegen deiner Schusseligkeit müssen Bäume sterben. Die sind schon totes, Scooby. Na, aber du musst immer wieder neue nachkaufen. Das heißt, wir werden nächstes Mal noch mehr Bäume. Das heißt, es werden für mich welche angepflanzt. Wahrscheinlich wird ein Baum mehr getötet. Nur um sicher zu gehen. Weil Kölger auch seinen Willen hat. Damit unser Team sein Makro vielleicht endlich machen. Wir holen das Rating zurück. Sonst immer nur... So Schweine. Denn mein Name ist Legion. Er. Denn... Ich bin Franzose. Der schlafende Franzose war so aus. Damit wäre ich noch in die Schwimmgeschichte eigentlich. Ähm, das ist noch ein... Robe. Ähm, Todes oder? Ja, ich glaube ja. Hey you guys. Ich verarsch den Robe. Du pre-smankst dann. Du re-stun? Oh, wir haben ein Problem mit Vanessa. Sie ist in der, äh, in der Wolke gehen. Oh nein. Ich, ich glaube ich habe sie erwischt. Nice. Robe wird geschiebt. Jetzt raus. Reschiebt wasch. Schon wieder raus. Geil. Zweite Smokebomb wurde gezündet. Hier müssen wir ein Priest. Das ist das Kinder. Jo. Ich, äh, beginne Schiebrotation auf dem Priest. Jo. Ich, äh, beginne Schiebrotation auf dem Priest. Stunni mal. Ah. Ich habe einen Stunt noch. Stunni? Jetzt 6 Sekunden gestunt. Armin. Sauber. Boah. Das ist ein Premium. Ja. Versuch Vanessa gut zu schützen. Wenn ich ein bisschen, wenn ich ein bisschen nana hole. Mach nichts. Versuch's weiter mit Noah. Und die bricht auch zu schnell. Vanessa, ich glaube, du gehst ja auch im Priest. Kommst du vom Rogue weg? Hm, nein. Jetzt schon. Lauf wieder Wind. Ah, die Krankheiten ticken noch. Ich glaube, ich werde mir... Ich werde versuchen, irgendeine Glyfel loszuwerden. Dass ich, ähm, dass mein Cheat sowas machen kann. Dass es gezahlen ist. Ich stunni mal den Pui. Ja. Den habe ich ja auch gehabt. Oh, meines Angelus. Ja. Wie meistens? Ist gestunnt. Nice. Zwei. Eins. Ich, ich, ich... Ich muss weg. Ich hab ihn erwischt. Ich hab ihn erwischt. Das hier nicht aufgepasst. Oh, ich hab den Elementar Despert. Das ist ja. Priest gestunnt. So, ich gebe dir wieder Hunter Freiheit. Oh Gott. Backstabber. Es ist ein Backstabber unterwegs. Ein Backstabber ist im Spiel. Die Kriminalpolizei warnt. Silence ist drauf. Nice. Da siehst du was für nacht... Du siehst was so ein, so ein Todeser... äh, so ein Freeze aus. Für Nachteil, dass es den... zu... Jugend zu müssen mit... mit den anderen kommen muss. Ja. Boah. Ich seh mich doch gut. Da kommen die ersten Stiche rein. Boah, aber das ist auch mal ein geiler Kampf. Ja. Wie wenig der Pute eigentlich geügt hat und wie viel ich ihn... Kein Vorwurf. Nein, ich hab ja 18 Rating gekriegt. 18. Mal wie gesagt. Sehle zählen ihr euch hier ganz doll. 18 Rating und auch auf unserem Rating. Gegen den Backstabber? Das war ne harte Combo. Das ist echt ne ganz gefährliche Combo. Das war noch mal der erste DBA? Ja. 12 sind. Holy shit. Aber wir holen die Reize zurück. Wie stark ein Mädchen... 3 on 3 ist. 1 auf 1 und 5. Und wir suck ihm Mädchen 2 on 2 mit dem Healer. Ja. 2 on 2 kommt mir voll wuschig vor was Damage angeht. Ich mein, wie easy ist das denn zu heilen? Ja. Also ich heal hier Sachen weg von 3 TPS. Kein Problem. Also chill. Wer weiß. Irgendwann sind wir 2 on 2, wo ich keine Ahnung... 2000... Ableibungen haben oder so. Hahaha. Ich bin gespannt wie weit Kataklysmus noch geht. Ich glaub die Verzauberungen gehen bis Item Level 500. Holy shit. Das wär ganz schön weit. Ich hab mein Dings vergessen. Ne, ist der Zelle. Ist der Ziss? Ne, mein Marco. Ach. Ich hab auch nicht dran gedacht. Oh, ich hab ja mein äh... Mein Sloopy Cockpit sitzt. Hahaha. Irgendwann wird mir das Militär wirklich dafür dann. Ah, das sieht jetzt Sloopy Cockpit sitzt auf in der... Haben sie. Wenn hier die noch den Sloopies gehört. SS. Hahaha. Und weil selbst ein Haind da nicht durchkommt, selbst wenn er es rannt, nennt man es auch SS Panzerspieler. Oh, was ist denn jetzt passiert? Wuuuuh. Oh mein Gott. Oh man, da hätte ich keinen Bock drauf. Kriegen wir da eigentlich Punkte für? Ne, ne? Glaub nicht. Okay. So, wir haben Warlock, Droide, Rogue. Oh, ich weiß nicht mehr, oder? Nimmst du vielleicht... Ich weiß nicht. Nimmst du vielleicht... Ich weiß nicht, einen Log Nuke gewesen, oder so irgendwie? Kannst du mal ausprobieren. Vielleicht kann Vanessa auch den Log nehmen, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich muss sie den Log nehmen, weil ich mit dem Rogue beschäftigt bin. Okay, Vanessa du nimmst den Log. Wir haben ein bisschen Ruhe. Broke hat Trinket eingesetzt. Ich bin gefehlt. Oh nein, ich wurde unterbrochen. Ich hab's geschafft. Oh, der Droide geht ja da an. Sechs können wir stunden. Ich hab den Gott geschlossen und zwei. Hm, das ist raus. Jetzt war's getrunken. Und I stun. Und Strangulate auf den Droiden? Na, ist schon zu spät. Oh Gott. Rette dich. Lebt sie? Okay, beide auf den Droiden. Und dann, ich hab den Droiden festgelegt. Und dann, wenn du das mal abläu 용ifest. Oordentlich Fit. Es liegt gut. Und ich will die Droiden festechen. Und dann, wenn du das hinwegst. Oh, oh. Ich stun ihn. Doch, jetzt fünf Sekunden.